Herzlich Willkommen zurück bei Let's Eat The Walking Dead Das war ein Knochen Hallo Hier nebendran wird wieder kräftig gegessen KFC Und wir gehen nach Crawford um zu sehen ob es dort auch ein KFC gibt Erstmal nachladen hier Also ganz ehrlich für Freunde ich finde die Episode eigentlich verdammt Verdammt langweilig Klar Okay wir können nicht alle mitnehmen I'm just saying should we want the best chance of Who the hell is this This is Bree she can help us Uh oh Good we're gonna need all the help we can get I was a student at the school where Crawford keeps their supplies I know the layout Then what are we waiting for let's get moving Hold up just a sec You ready Ready Whoa hold on a minute You're not taking her with us Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is If you take her in there and they find her Mr. Little Girls not just excess baggage She's gotten us out of a tight spot more than once She's coming deal with it You heard the man let's move out You're not going to leave Thank you Ben Ben just unterstützt uns Ben Ben ist eigentlich Kein Kommentar zu Ben Jetzt haben wir gar Kamuloboli gespielt. Ich erinnere mich daran, nach dem Partner ein Handy zu nehmen und etwas zu tun tun. Das hat gar kein Aussehnerreg liegen. Das sieht nicht sehr belegt aus. Ich hoffe nicht. Die haben uns schon mal besser gemacht. Everybody got it. Ok, Kenny, let's do this quiet. No shooting, unless there's no other choice. Right behind you. Pfff Was zur Hölle? Ich hab gedacht, da wären Überlebende Was ist ein Walker hier drin? Geh rein, Leute! Geh rein, Geh rein, Geh rein, Geh rein! Oh, man, wir sind so screwed. Oh, Ben! Nein, das ist gut. Vernon ist richtig. Wir können mit Walkern mit uns einfacher, als unsere Gäste. Das stimmt. Ich verstehe. So long as wir nicht, dass wir ihn uns in, wir können das immer noch machen. Der Plan hat nicht verändert. Der Plan hat nicht verändert? Every time Walkers show up, der Plan hat verändert. Do we even have any idea how many of them are out there? Nein. Du willst ein Headcount? Oder du willst ein Headcount? Wir können dich eh nicht mitnehmen. Komm, ich denke, ich weiß, welcher Weg zu gehen. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Was? Ein X markiert die Stelle, Freunde. Äh. Da sind wohl welche drin. Und du isst sie einfach so. Ja. Ja. Just keep moving. Here. Da sind wir hier. Ja. 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 Die Leute rein. Ja. 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 Figures. Looks like they were using this room as some kind of command center. Okay, so now what? Where do we start looking? Here. Just give me a sec. Okay, what are we doing here? Where would be the best place to look for medicine? Right here, nurse's station. They were using it as a medical facility. And where do you know that? How do you know that? Just makes sense, doesn't it? What did you expect, Molly? Where can we find some fuel for the boat? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. So then we just need a battery. This side of the shop, it's right next door. Yep, it's called Hermann's. You can't miss it. Okay, I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here. See if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. What about me? What can I do? I need you to stay here with Ben and watch over our command center. I'm putting you in charge of it, okay? You're leaving me with Ben? I'm not leaving you with Ben. I'm leaving him with you. Understand? Oh, okay. Okay. Du bist die Chefin hier. Back before you know it. Ich find's grad so arschlustig. Du sitzt daneben dran und isst. The alleyway to the auto shop's down here. You coming or not? This must be the door to the alleyway where the auto shop is. But where the hell is Molly? What vision of Badari? Molly. You out here? Guess I'm not going that way. What the hell was that? Zombie? No. Where did he see her going? Damn. It's jam tight. Hier ist doch irgendwas. Woah. 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 Mach keinen Scheiß. Gib ihm! Er ist mir. Was hast du da gemacht? Alter, was? Irgendwas ist mit Deggir passiert. Warum dreht die so ab, ey? Was glaubst du? Er ist schon tot. Ich glaube, du kannst du wegziehen. Nicht erzählen mir was zu tun. Wenn du Deggir mit deinem Weg wirst, dann werde ich ihn nicht töten. Damn. Er ist eine Medikation. Ein typischer Wissenschaftler, vielleicht? Ja, well... Er ist überhaupt nichts. Ich fließ direkt davor. Ich fließ direkt davor. Nicht ein Problem. Schau, was ich gefunden habe. Oh, ja. Das funktioniert. Beeil dich. Der Zaun hält sowas von gar nicht. Da braucht ihr jetzt gar nicht 5 Minuten lang drauf zu gucken. Einfach beeilen. Komm schon! Das war so klar, dass das jetzt kommt. Oh, der lebt noch. Der hat sich schon bewegt. Seine Finger so... Okay. 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 Hey, Google me neither. Can I find a way to get up there? Hm? districts Das ist der Hose für die Hydraulik. Nein. Ich habe aber nichts zu schneiden. Alex, wir haben nichts zum schneiden, wir müssen schlack was. Hilda und ich haben viel zusammen gemacht. Hilda? Sie nennt ihre Spitzkacke Hilda. Okay. Hilda. Geile Hilda. Wer weiß, was die mit der Hilda immer macht? Ja, ich glaube auch. Oh, scheiße. Ich versuche sie zu halten. Hör auf! Da ist die Batterie. Endlich geht etwas richtig. Komm schon mal hin, Elin. Das ist alles. Hör auf. Ja, aber wir haben noch ein Problem hier. Lass es hier rein. Ich versuche sie. Okay, folgen mir. Hör auf! 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 mandates dich gar nicht zu Tür. Hör auf! Hör auf! Du willst doch jetzt nicht ernsthafter... Ich frag nicht nach. Hör auf! What are you, Chicken? Jump! Chicken? Oh fuck. What did you call me? Chicken? Alex? What did you mention it? What the fuck? Das war knapp. Das war richtig knapp. Hey, die Starne ist gedrückt. Was ist denn dann wohl passiert? Bye bye. Boah. Äh, die, die Batterie? Ja, die nehm ich. Ja, ich denke ich werde darauf halten. Und sicher, dass du nicht ohne mich verlassen. See you back in Klasse. Der aber nicht den Fuel. Nein, den hat Kenny. nicht. Reden? Was ist der Hülle? Was ist der Hülle? Oh, du bist der Hülle? Oh, du bist der Hülle? Oh, du bist der Hülle? Die Tür nicht öffnen! Ja, ja, bin der dabei! Hahaha Oh man, geht das hier gerade ab in der Folge Vom Regen in die Traufe Hoffentlich hält das Oh kacke Ich glaube, das wird noch eine richtig scheiß Aktion werden Wird sie ein, schlag sie ein mit deinem Kopf oder so Ja 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 Go go Power Rangers Go go Ben Go go Ben Go go Ben What do wir still need? We already got the fuel in the battery Once we find some medicine, we'll be good to go So, where's this battery you found? Molly has it She ran off to do something Well, she'd better bring it back here I don't know why you trusted that girl with it We hardly know her She saved your life, didn't she? Haha Yeah But what has she done for me lately? Haha No, wait There is something you can help me with Something that's been on my mind I could use your opinion Okay What is it? It's Kenny Since I've been helping him work on the boat I've gotten to know him a little better He's a good guy, you know? And it's eating me up, knowing what I know I've been thinking about telling him the truth Ben, come on No This again? It's my fault of Dr. Kocha got killed If I hadn't screwed up back at the motoring, they'd still be on fire How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him Ben Ben, no offense, but have you lost your motherfucking mind? Kenny's barely hanging on You tell him you're to blame? I don't even want to think about what he might do I know I've thought about that But I don't know how much longer I can keep looking him in the eye And I feel like I'm lying to him by not telling him I'm telling you, man, it's a bad idea Real, real bad Hey, maybe you're okay walking around with somebody's blood on your hands But that's not who I am I can't just pretend it never happened Look, we need Kenny We need him to hold his shit together before we're ever gonna get out of here So you need to keep this to yourself For the good of everyone You hear me? I hear you I'm gonna get back to this Oof You okay, Clem? Yeah This desk is just like the ones we have in my school I know it's weird, but I kinda miss it Being in school Me too I used to be a teacher, remember? Tell you what When we found ourselves a safe place Set up a little classroom Just you and me Will there be homework? No homework I'm a good learner Where's Molly? She had to go running there She'll be back soon I hope she's okay She'll be fine She's pretty tough Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Yeah It may take a while, but yeah I do Don't you? I hope so That's good We hold on to that hope It's the one thing that none of this can take away Okay Okay Dann gehen wir mal einen anderen suchen Die müssten ja bei dem Medizindeck sein Das müsste ja auch hier irgendwo sein Äh Geh wir mal gucken Ja Wir enden auch gleich die Episode Das hat gerade eben gespeichert Die sind lustig Na Wie geht's euch? Gut? Mir auch Was zur Hölle ist denn da passiert? Das Inferno muss da liegen Fuck So, dann beenden wir da auch gleich mal hier und fangen die nächsten Part mit Zombie abknallen an Alter, das kann ja einfach nur gut anfangen Ja, das wird so geil! Bist du dann wieder am Essen? Nein Ich hab keinen Hunger mehr Okay Gut Ah ja, wollen wir den Zuschauern noch erzählen was gestern passiert ist so alter Pädobär? Nein Okay So viel sei gesagt Er hat auf dem Boden geschlafen Ja Ja Weil wir die Matratze nicht gefunden haben ich meine Mette Meine Mutter den Ja